German Through Pictures by I.A. Richards Jetzt tue ich die Hände in Becken A und C. Die rechte Hand ist im warmen Wasser, die linke Hand ist im kalten Wasser. Jetzt tue ich die Hände zusammen in Becken B. Das Wasser in Becken B ist weder kalt noch warm, aber es scheint der rechten Hand kalt und der linken Hand warm. Es ist das gleiche Wasser, aber es scheint der rechten Hand kalt und der linken Hand warm. Warum? Weil die rechte Hand im warmen Wasser war und die linke Hand im kalten Wasser, bevor ich sie im Becken B tat. Was macht dieser Mann? Er gibt dem Nagel einen Schlag mit dem Hammer. Das ist sein Hammer. Das sind Nägel verschiedener Größe. Ein Schlag mit dem Hammer ist ein Hammerschlag. Er gibt dem Nagel viele Hammerschläge. Die Hammerschläge machen ein Geräusch. Sie machen ein lautes Geräusch. Sie hat die Hände an den Ohren. Sie sagt, welch ein Geräusch! Kanonen machen sehr laute Geräusche. Das sind Kanonen. Kanonen machen lautere Geräusche als Revolver. Das ist ein Revolver. Das ist eine Pfeife. Es ist eine Dampfpfeife. Sie macht ein lautes Geräusch. Dieser Junge hat eine Taschenpfeife. Das Geräusch einer Taschenpfeife ist nicht so laut wie das Geräusch einer Dampfpfeife. Das ist Musik. Das ist Gesang. Das sind Noten. Das ist eine hohe Note. Das ist eine tiefe Note. Das sind hohe Berge. Das sind tiefe Gruben. Sie gehen tief in die Erde. Das ist ein großes Schiff. Das ist ein größeres Schiff. Das ist das größte Schiff. Viele Tiere sind intelligent. Das Pferd ist ein intelligentes Tier. Der Affe ist intelligenter als das Pferd. Der Mann ist am intelligentesten. Das ist die höchste Note. Diese Note ist tiefer, aber sie ist höher als diese Note. Welche von diesen drei Noten ist die tiefste? Die Arbeit des Bauers ist nützlich. Ist die Arbeit des Bauers nützlicher als die Arbeit des Mannes in der Bank? Das ist ein großes Feuer. Das ist ein größeres Feuer. Das ist das größte Feuer. Das ist ein gutes Buch. Das sind auch gute Bücher. Welches von den drei Büchern ist das beste? Ich habe einhundert Deutsche Mark. Er hat ein tausend Deutsche Mark. Sie hat fünftausend Deutsche Mark. Ich habe viel Geld. Er hat mehr als ich. Sie hat am meisten. Einhundert Deutsche Mark, viel Geld. Ein tausend Deutsche Mark, mehr. Fünftausend Deutsche Mark, am meisten. Sie ist vor dem Spiegel. Sie sieht sich im Spiegel. Sie ist froh. Sie ist immer froh, wenn sie sich im Spiegel sieht. Warum? Weil es für sie ein Genuss ist, sich im Spiegel zu sehen. Sie ist schön. Sie sieht, dass sie schön ist. Er ist vor dem Spiegel. Er sieht sich auch im Spiegel. Aber er ist nicht froh. Für ihn ist es kein Genuss, sich im Spiegel zu sehen. Es ist ein Schmerz für ihn. Warum? Ist er schön? Genuss? Was ist das? Schmerz? Was ist das? Tun sie ihren Finger in die Flamme? Nein, das tue ich nicht. Warum? Hier ist ein Nagel. Tun sie ihren Finger auf den Nagel und ich werde ihm einen Hammerschlag geben. Oh nein, das tue ich nicht. Jetzt sehe ich, was Schmerz ist. Schmerz ist das Gegenteil von Genuss. Gegenteil? Groß ist das Gegenteil von klein. Kalt ist das Gegenteil von warm. Viel ist das Gegenteil von wenig. Schönes Wetter. Es ist ein schöner Tag. Die Luft ist warm. Die Sonne ist hell. Der Himmel ist blau. So ein schöner Tag ist ein Genuss. Schlechtes Wetter. Es regnet. Der Mann und das Mädchen sind nass. Es ist windig und kalt. So ein Wetter ist kein Genuss. Hell ist das Gegenteil von dunkel. Warm ist das Gegenteil von kalt. Weiß ist das Gegenteil von schwarz. Was ist das Gegenteil von schnell? Was ist das Gegenteil von dick? Welches von diesen zwei Gebäuden ist hoch? Welches ist niedrig? Was ist das Gegenteil von schmal? Ist diese Straße schmal oder breit? Er kommt ins Zimmer. Er geht aus dem Zimmer. Kommen ist das Gegenteil von gehen. Das erste ist das Gegenteil von das letzte. Seite 1 ist die erste Seite des Buchs. Seite 100 ist die letzte Seite. Die anderen Seiten sind zwischen der ersten und der letzten Seite des Buchs. Sie sieht sich im Spiegel. Sie sieht, dass sie schön ist. Sie ist froh. Warum ist sie froh? Sie ist froh, weil sie schön ist. Wenn ich ihr sage, dass sie schön ist, ist sie froh. Sie sind schön. Sie hat ein Lächeln auf den Lippen. Warum? Weil sie froh ist. Warum ist sie froh? Weil sie schön ist. Was sagte der Mann? Er sagte, sie sind schön. Ist sie schön? Ist sie schön? Sehen sie das Lächeln auf ihren Lippen? Sie sagt, ich bin schön. Das ist ein Bild von Leonardo da Vinci. Das ist die Mona Lisa. Sehen sie ihr Lächeln? Das ist das Lächeln der Mona Lisa. War Mona Lisa eine schöne Frau? Ich habe meine Meinung von der Schönheit dieser Frau. Er hat seine Meinung. Verschiedene Personen haben verschiedene Meinungen. Vielleicht war die Mona Lisa eine schöne Frau. Vielleicht war sie nicht schön. Es gibt kein Maß für Schönheit. Genuss und Schmerz sind Gefühle. Wir haben verschiedene Gefühle. Im Sommer fühlt unser Körper die Wärme. Im Winter fühlt er die Kälte. Dieser Mann ist am Meer. Er fühlt die Wärme der Sonne. Sein Stuhl ist auf dem Sand. Der Sand ist warm. Die Luft ist auch warm. Ein schöner, warmer Tag am Meer ist ein Genuss. Jetzt ist er im Meer. Das Meer ist kalt und salzig. Er fühlt die Kälte des Meerwassers. Das Schwimmen im Meer ist für ihn ein Genuss. Er ist froh. Jetzt sitzt er wieder auf seinem Stuhl. Er fühlt wieder die Wärme der Sonne. Nach dem Schwimmen ist die Wärme der Sonne für ihn ein Genuss. Das ist ein lächelnder Mund. Das ist ein breites Lächeln. Das ist Anna. Sie hat ein breites Lächeln auf den Lippen. Sie ist froh. Sie fällt. Ist sie jetzt froh? Nein, sie ist nicht froh. Sie hat Tränen in den Augen. Warum hat sie Tränen in den Augen? Weil sie einen Schmerz im Knie fühlt. Das ist ihr Knie. Das ist ihr Knie. Warum fühlt sie einen Schmerz im Knie? Weil sie mit den Knien auf den Boden fiel. Ist Anna jetzt froh? Nein. Hat sie ein Lächeln auf den Lippen? Nein. Warum? Weil sie einen Schmerz im Knie fühlt. Jungen und Mädchen gehen in die Schule. Sie lernen dort. Sie lernen lesen, schreiben und verschiedene andere Dinge. Können sie lesen? Können sie schreiben? Lernen wir auch, wenn wir nicht mehr in die Schule gehen? Ja, wir lernen immer. Wir lernen jeden Tag. Was lernen wir? Wir lesen Bücher und Zeitungen und wir bekommen Antworten auf unsere Frage. Sind die Antworten auf unsere Fragen immer richtig? Was ist richtig? 2 plus 2 gleich 4. Das ist richtig. 2 plus 2 gleich 5. Das ist nicht richtig. Das ist falsch. Die Antworten auf unsere Fragen sind nicht immer richtig. Können wir sagen 2 plus 6 gleich 9? Ja, wir können es sagen. Nein, aber es ist nicht richtig. Es ist falsch. 2 plus 6 gleich 8. Das ist richtig. Dieser Mann geht zum Bahnhof. Er hat seine Reisetasche in der Hand. Das ist ein Weg. Ist das der richtige Weg zum Bahnhof? Nein, der Weg zum Bahnhof ist dort. Nehmen Sie die erste Straße rechts. Wir bekommen unsere Bildung auf verschiedenen Wegen. Wir lernen viel in der Schule. Wir sehen verschiedene Dinge. Wir hören, was andere Personen sagen. Wir sprechen mit anderen Personen. Wir lesen verschiedene Bücher und wir bekommen Antworten auf unsere Fragen. Lesen, sehen, hören und lernen sind verschiedene Wege zur Bildung. Personen, die Bildung haben, sind nützlicher als Personen, die keine Bildung haben. Das ist ein Junge. Er war ein Kind. Er wird ein Mann sein. Der Junge ist im Bett. Er geht jeden Abend um 8 Uhr zu Bett. Um 7 Uhr morgens geht er ins Badezimmer. Er geht die Treppe hinunter. Er wäscht sich. Um 8 Uhr kommt er ins Zimmer. Er sagt, guten Morgen, Mutter. Guten Morgen, Vater. Um 9 Uhr geht er in die Schule. In der Schule sieht er seine Freunde und macht seine Schularbeit. Seine Gedanken sind bei der Arbeit. Sie sind nicht beim Ballspiel. Nach der Schule kommt das Ballspiel. Er gibt dem Ball einen Schlag. Am Abend geht er nach Hause. Hier ist er wieder bei seiner Familie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017